Hallo zusammen, willkommen zu meinem Vortrag über mathematische Skulpturen nach George Hart. Ich werde euch ein bisschen zeigen, wie man solche Dinge baut, was da der Weg ist, von der Mathematik bis zum fertigen Objekt. Aber zunächst mal, wer ist George Hart? Auf seiner Webseite georgehart.com steht, dass er ein mathematischer Sculptscher, also Künstler, Bildhauer, Porsi und Designer ist und früher Mathematikprofessor war. Und ja, was macht er? Er macht solche Dinge. Das ist ein größeres Objekt. Man sieht da ein bisschen die Ähnlichkeit zu was ich hier habe. Das sind so ein paar andere Modelle. Ja, grundsätzlich ist da immer irgendein Polyeder dahinter und dann ein bisschen Mathematik drauf. Da auf dieser URL gibt es ganz viele weitere tolle, ähnliche Objekte zu sehen. Und ja, das ist eine größere Installation von ihm, weil da eine ganze Serie verwandte Objekte aufgehängt hat. Ich frag mich ja nicht, wo genau das hängt. Dann kennt man ihn vielleicht für den sogenannten Frappschuh oder wie man das aussprechen will. Das ist dieses Objekt hier aus Sperrholz geschnitten. Und da hat er auch mal ein bisschen gezeigt. So, ja, was brauchst du dafür? Hat ein kurzes Paper geschrieben. Da seht ihr auch schon die Form, weil das Ding besteht aus 30 so Elementen, die diese Sperrholz geschnitten haben. Man hat das gedruckt und gefärbt. Das Modell hat ziemliche Bekanntheit erlangt. Wurde von vielen, vielen Leuten nachgebaut. Meist direkt ab dieser Form. So beispielsweise am Burning Man. Da ist das Ganze ein bisschen eskaliert. Da haben gewisse Leute so eine Skulptur gebaut. Die ist Mansfolk. Und insbesondere, was mir sehr gut gefällt, die ist beleuchtet. Sieht dann in der Nacht so aus. Da gab es auch noch etwas mit Musik dazu. Und das Video gibt es auf YouTube, wo Sie es gefilmt haben, wie das interagiert. Weil da konnte man hingehen, das konnte man berühren und dann macht es irgendwie Töne. Ja, soviel dazu. Nun, ich finde das cool. Ich wollte sowas selbst bauen, aber ich wollte es nicht einfach nachbauen. Ich wollte nicht einfach diesen Shape nehmen, ausschneiden, zusammenkleben. Ich wollte das selber berechnen, verstehen, wie man sowas baut. Und ja, es dann natürlich auch bauen. Und auf dem Bild seht ihr hier dieses Objekt. Das kommt später noch drauf. Ich nehme das da mal rum. Wenn es nicht so verschieden aussieht. Ja, gut. Was wäre denn nun das Vorgehen? Na ja, zunächst braucht man einen Polyeder. Und da gibt es eine riesen Auswahl von verschiedenen Polyedern. Hier kennt man vielleicht die fünf platonischen Körper. Die sind langweilig für solche Geschichten. Dann die archimedischen Körper. Ja, schon besser kann man einiges damit machen. Wirklich spannend sind dann solche Geschichten. Das ist ein Objekt aus 60 rautenförmigen Flächen. Und ja, es gibt auch noch viel mehr. Da kann man sich eins aussuchen, wo man denkt, ja, sieht hübsch aus. Könnte ich was machen damit. Dann, erster Schritt, anschauen. Was für Symmetrien habe ich. Dreizählige, Vierzählige, Fünfzählige Achsen und so weiter. Zweiter Schritt, man sucht sich kotonare Flächen oder Kanten, weil die Teile, die man schlussendlich aus dem Laser Cutter oder aus welcher Maschine auch immer rauskriegt, sind meist planar. Und das Teil hier ist ein Stück. Also ich muss eine Möglichkeit haben, N solche planaren Objekte zu bekommen. Und natürlich, wenn wir das wirklich bauen wollen, dann wäre es noch gut, wenn sich die Teile nicht selbst überschneiden. Da muss man ein bisschen aufpassen, dann in der Mathematik. Gut. Dann zu diesem Frappschuhobjekt. Das ist dieser Körper, hier aus den Filigons gebaut. Ich kenne schon, ich gebe es auch mal weiter. Da bekommt man ein bisschen ein Gefühl, wie sieht das aus. Kann man es drehen, was hat es für Symmetrien, was könnte ich damit tun. Ja, das ist das Grundpoleder. Dann, wie gesagt, man sucht sich kotonare Flächen in diesem Fall. Und wenn ich hier das Objekt habe, dann habe ich jeweils paar Reise, hier die roten, die blauen. Was ist das? Ah, sorry. Kotonare ist der mathematische Ausdruck für zwei Flächen liegen in derselben Ebene oder alle Punkte liegen in derselben Ebene, wenn ich von kotonaren Punkten spreche. Beispielsweise, wenn ich ein Viereck habe im Raum und alle vier Punkte liegen in einer Ebene, ist das Viereckplanar und die Punkte in kotonaren. Ja, und hier der wichtige Punkt, warum ich das will, ist, weil ich schlussendlich die beiden Flächen mit einem planaren Acrylglasteil verbinden werde. Darum suche ich mir kotonare Flächen. Gut, dann haben wir die roten, die blauen und so weiter, die 30 solche Paare. Ich denke, es sind 30. Und ja, man sucht sich die. Jetzt zu diesem Körper muss man dann ein bisschen Mathematik treiben. Die schöne Eigenschaften, die besteht aus 20 so verzerrten Würfeln, die ich wie eine Art Igel zusammenstecke. Das sind so diese Stücke. Und mathematisch gesehen kann ich alle Kanten eigentlich durch diese, man sieht es hier vielleicht nicht so ganz, V1, V2, V3. Das sind die inneren Kanten, die sieht man hier nicht, die Enden hier in diesen tieften Punkten. Und die äußeren Ecken kann ich dann jeweils als Summe dieser Grundvektoren darstellen. Ja, dann warum ist das wichtig? Wie gesagt, ich habe diese kotonaren Flächenpaare und schlussendlich brauche ich so eine Art, muss ich das Ganze ins 2D kriegen, damit ich dann in diese Skizze das Teil einzeichnen kann, das ich schneiden möchte. Hier sieht man zwei dieser Rompoeter, dieser verzerrten Würfel, jeweils auch wieder blau mit den kotonaren Flächen. Da habe ich das so ein bisschen gedreht. Dann hat man hier diese Rauten mit 1 zu goldenem Schnitt Diagnomenverhältnis. Und was mir noch fehlt, ist der Abstand von diesem Punkt zu diesem Punkt, oder hier diese Länge. Ja, wenn einem etwas fehlt, machen wir ein bisschen Mathe. So sieht das aus, wenn ich ein bisschen Mathe mache. Schlussendlich suche ich hier das x und ich habe das x danach gefunden. Wir sehen, also 2 mal x ist genau diese Querlänge hier. Ja, hübsch, schöner Körper. Gut, dann, wenn ich dieses Teil habe, kann ich beginnen mir Gedanken zu machen, ja was nehme ich jetzt da für eine Form rein. Das Original wäre so, das würde so da drin liegen. Und wie gesagt, das Original will ich nicht, das ist langweilig. Da habe ich ein bisschen rum experimentiert, so mit Kreisen oder da ein bisschen mit Baselkurven, mit linearen Teilen. Und das kann ich auch noch zeigen, da gibt es so eine schöne Software, KIG, aus dem KD Projekt. Und das ist so eine interaktive Software, wo ist der grüne Punkt, hier ist der grüne Punkt. Und dann kann ich all diese mathematischen Eigenschaften, da diese Raute im Hintergrund und hier dieser Punkt und dieser Punkt und dann das symmetrische Teil, kann ich definieren und dann in Abhängigkeit davon sagen, ja ich habe diesen Kreis durch diesen Punkt und diese Gerade parallel dazu. Und das Teil hier ist definiert, das sind zwei Baselkurven. Da hatte ich so ein bisschen die Idee, ja mach doch was mit Baselkurven. Das eine ist eine quadratische Baselkurve, das andere hier ist eine kubische. Sieht schlussendlich toll aus und ist mathematisch hübsch definiert. Also nehmen wir, das wäre dann das blaue Teil. Das rote Teil, ähnliches Verfahren, habe ich auch ein bisschen konstruiert. Was könnte hübsch aussehen? Da habe ich zunächst noch dieses Teil versucht und, ne das dritte ist hier nicht drauf. Aber warum ich dann schlussendlich das rote genommen habe, das, ne. Okay, Kaste hier, sehen wir dann später. Ja, ich habe dir gesagt, es wäre toll, wenn sich die Teile nicht selbst durchdringen würden. Und dazu habe ich eine Simulation gemacht, in den Open S-Cut. Das hier ist wieder so ein Element. Und auf dieses eine Element habe ich jeweils auf jede der äußeren Flächen ein orthonormales Pernatensystem gelegt. Also ein dreidimensionales Pernatensystem mit senkrechten Achsen und nicht verzerrt, in keine Richtung. Das ist mathematisch nicht schwer, es ist ein bisschen linear. Ich kriege diesen Vektor hier entlang der Diagonale, kriege ich aus den Punkten und die Orthoglone dazu kriege ich aus Kreuzprodukten. Ja, schlussendlich gibt mir das eine Matrix, das einen Würfel in diese Form verzerrt. Und das mache ich dann für alle ein Stück. Das hier ist so ein bisschen ein Debug-Output, sieht hübsch aus. Sinn des Ganzen ist natürlich dann die Teile ins 3D zu kriegen. Ja, was brauche ich dafür? Ich brauche eine Transformation, die mir das Teil hier, das in diesem zweidimensionalen Pernatensystem lebt, ins 3D bringt, an den entsprechenden Ort. Und die beiden blauen Basissektoren hier, wären hier beispielsweise die, die in der Fläche liegen. Ja, dazu braucht es eine Transformationsmatrix für die Rotation im Raum und dann muss ich ja diesen Punkt hier noch auf diesen Punkt schieben. Da brauche ich noch eine Affinit-Transformation. Ja, ein bisschen Marte, nicht viel Spezielles. In OpenSk gibt es diese Mutmatrix und den OpenSk-Code habe ich aus Python herausgeneriert. Na ja, 20 mal, ne 30 mal. Und dann hat man da so ein bisschen einen Debugger. Kann man schauen, ja passt das, sieht das gut aus von der Größe her. Kann man auch ein bisschen versuchen zu schauen, ob sich Teile durchdringen. Und hier in diesem Fall nicht, das hat ja auch gut funktioniert. Bei diesem linearen Teil habe ich hier festgestellt, dass es gewisse Ecken zu viel sind, die sich dann mit anderen Teilen geschnitten hätten. Das habe ich erst in der Simulation gesehen. Ja, glücklicherweise habe ich es noch simuliert. Ja, dann die ganze Tool-Chain. So, was braucht man? Naja, wie gesagt, die Matte braucht man dann. Ich mag dieses KIG sehr, um die Geometrie im Zweitenland zu machen, um ein bisschen umzubasteln. Dann exportiere ich das Ganze nach Asymptote. Da habe ich vor ein paar Jahren mal Asymptotexporter geschrieben. Weil, versuch's nicht mit SVG. Der SVG-Export von KIG ist kaputt. Insbesondere für BZ-Kurven. Ich rendere das als PDF aus dem Asymptotex raus. Also, Asymptotex vielleicht noch ist so eine Sprache, ähnlich wie Postscript, aber mit C-Syntax zur Beschreibung von, naja, mathematischer Grafik. Da kriege ich einen PDF raus. Das geht dann in Inkscape. Da kriege ich einen DXF raus. Naja, manchmal. Insbesondere sollte man alle Kurven linearisieren dafür. Das kann ich in OpenS-Cut oder in MeshLab anschauen. Wiederum prüfen, passt mir das. Wenn ja, dann geht's auf den Laser Cutter. Wenn nein, dann geht's zurück nach KIG und mal schauen, was man da ändern muss. Es ist nicht so viel Arbeit. Es sind so ein bisschen die Tools, die man richtig verknüpfen muss. Ja, und wenn man das dann hat, dann kann man sich nachmittag lang damit beschäftigen, wie zur Hölle baue ich das zusammen. Danke an die Leute, die mir da geholfen haben heute. Ich gebe das hier auch mal rum. Das Blaue hat bis jetzt noch nicht so ganz geklappt. Das sieht doch ein bisschen falsch aus. bevor wir da ein paar Stunden da ansassen. So. Ja. Soviel dazu, wie man ein Frappschuh-ähnliches Objekt baut. Gibt's Fragen dazu? Nein? Gut. Was ist das MeshLab? Das MeshLab ist so ein Tool, da kann ich ein STL unter anderem reinladen und das Mesh anschauen, die ganzen Messen zwischen Punkten, schauen, wie sehen die Dreiecke aus und ganz viel mehr. Ja, dann kann ich euch ja noch zeigen, wie man das für den S-Ball macht. Links das Modell von George Hart und rechts dann mein Modell. Das Grund-Polyeder diesmal ist das Icos-Reder ohne Ecken oder auch ein klassischer Fussball. Den habe ich auch aus Filigons gebaut. Und in diesem Fall suchte ich mir coplanare Kanten und die grünen, die beiden blauen und die beiden roten Kanten, die liegen jeweils in einer Ebene und das definiert mir die Ebene, in der ich dann den Shape schlussendlich ausschneide und das überspringen wir mal. Das Problem hier ist, definieren eine Ebene, naja, dazwischen habe ich so einen Hügel, die Sechsäcke liegen irgendwie so im Raum, das sind übrigens auch die beiden gelben Sechsäcke im Modell. Und, naja, muss ich auch wieder in die Ebene bringen, ein bisschen Matte und dann habe ich das im KIG gemacht, wiederum ein grünes Punkt bis hier, da kann ich auch so ein bisschen schauen, ja, was will ich da? Ja, da habe ich mich dazu entschieden, ich mache alles mit Kreisbögen. Die Kreisbögen sollen senklich auf den Kanten stehen, dabei auch nicht das Verbindungsstücke, soll in der Mitte diesen S-förmigen Symmetriepunkt haben, soll alles glatte Übergänge sein. Ja, habe ich mir das so ein bisschen zurückgeklickt. Auch hier wieder, diese S-Form kommt daher, dass sich die Teile im Raum ausweichen müssen. Beim Fragschuh ist das relativ relevant, hier war ich mir nicht so sicher, wie relevant das ist. Und ich habe dann auch gesagt, dass ich mein Teil so baue, dass es innerhalb dieser beiden projizierten Sechsäcke liegt. Damals hatte ich noch keinen Simulator und das war so ein bisschen, ja, vermutlich wird es funktionieren, wenn ich da die Sechsäcke packe. Ja, das wäre dann auch dieses Teil. Und ja, das wär's für heute. Danke. Applaus Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020